Anja Mack ist Expertin für sexuelle Probleme. Als Coach hilft sie Frauen, die sich emotional zurückgezogen haben und nur noch unbefriedigenden oder gar keinen Sex mehr haben. Sie zeigt, wie sich ein erfülltes Leben mit dem Partner auch auf ganz andere Bereiche des Alltags auswirken. Wenn du in dir ruhst, wenn du mit dir zufrieden bist, hast du ja auch eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn du in dir zum Beispiel, du vergleichst dich mit anderen Frauen, du nimmst dich selbst zurück, du bist mit dir nicht im Einklang, weil du deinen Körper gar nicht magst, weil du dich nicht schön findest. Schau dir unsere Industrie an, wie Zeitungen, Medien, was uns suggeriert wird. Aber es ist doch in Ordnung, so zu sein, wie wir sind. Und eine Frau hat doch eine ganz andere Power, eine ganz andere Stärke, wenn sie im Business so ist, wie sie ist und sich nicht anpasst, sondern dann hat sie auch Authentizität. Und das spiegelt sich wieder in ihrer Arbeit und in ihrer Gesundheit und auf allen Ebenen. Vieles kommt auch übers Unbewusste, weil wir sind Meister darin. Als kleine Kinder hören wir hundertmal am Tag Nein und vielleicht einmal ein Ja. Und dann denken wir in uns, mit uns ist was nicht in Ordnung. Und dann geht das Ganze los. Überleg dir, du hast das Thema Sexualität nie angesprochen. Oder du hast das Gefühl, ja, da ist schon was nicht in Ordnung. Also ist was mit mir nicht in Ordnung, was falsch ist. Und das Kind hat einen Perfektionismus in sich, weil es wie eine Gewohnheit ist. Das denkt, oh ja, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht in Ordnung. Das heißt, es wächst damit heran. Und irgendwann kommt die Unzufriedenheit. Und irgendwann kann es diesen Bereich nicht mehr ausleben. Und dann geht es darum, erst mal Bewusstsein zu schaffen. Zu sagen, hey, das und das ist nicht deine Schuld. Es ist einfach ein Fakt. Deine Eltern haben es auch nur so gut gemacht, wie du konntest. Deswegen bist du als Mensch, als Frau oder als Mann nicht falsch. Auch nicht in deiner Sexualität. Auch wie du sie lebst und was dir Spaß macht, ob das jetzt härterer Sex ist oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Und dann geht es darum, dass sie das erst mal annehmen lernen für sich. Frauen kommen zu mir und sagen, ja, ich habe Sex, weil mein Partner das möchte. Sag ich, ja, weil es soll ja auch für dich schön sein. Ja, der Partner setzt das voraus, dann mache ich einfach mit. Also die lassen das quasi über sich entgehen. Frauen machen wahrscheinlich auch für ein Thema. Also Orgasmus vormachen ist ja auch immer wieder. Nicht nur das. Oder auch dann generell, die Wünsche äußern zu können, weil man sagt, ja, der Partner mag es aber gerne so und so. Und ich sage, ja, das ist doch ein gemeinsamer Spielplatz. Man will doch gemeinsam Freude haben. Welchen Tipp kannst du unseren Zuschauern mitgeben? Was können sie sofort umsetzen? Wie sie ja im sexualen Leben oder generell auch in der Lockerheit, Entspanntheit, was sie dort direkt verändern können? Also ich habe zwei Tipps für euch. Der erste, es geht um Berührung. Wir alle wollen berührt werden. Wie ist ganz einfach. Jeder duscht morgens. Nimm dir einfach Zeit, fünf bis zehn Minuten, unabhängig ob das Mann oder Frau ist, und stell dich einfach mal in die Dusche. Ohne dabei jetzt an deine Einkaufsliste, die Arbeit oder irgendwas anderes zu denken. Nimm das Duschgel, seift dir die Haare ein und dann bleibst du bei den Haaren. Und wenn du an deinen Körper runtergleitest, bleib bei deinem Körper. So einfach ist Berührung. Oder nur bei den Händen, wenn du deinen Körper weniger magst. Und der zweite Tipp für all diejenigen, die noch ungelebte Fantasien haben, geh mal in einen Laden, hol dir ein Buch in der Erotik-Szene und dann nimmst du es mit nach Hause. Und dann liest du es entweder dir selbst vor, laut, oder deinem Partner und schau, was es mit dir macht. Und mach das mal über 30 Tage und dann will ich sehen, wie sich dein Fokus zum Thema Sex und Sexualität verändert. Und dann, wie sich dein Fokus zum Thema Sex und Sexualität verändert.